Es ist 17 Minuten vor 7 Uhr, hier ist 105 im Spreeradio, das war The Police aus den frühen 80ern. Vielen herzlichen Dank dafür, dass Sie mit uns in diesen Tag gehen. Es war extrem kalt in der vergangenen Nacht, es ist nach wie vor irre kalt da draußen. Tiefstemperatur in der Nacht war welche, Conny? Minus 25 Grad hatten wir in Berlin, das war das kälteste, was wir gemessen haben. Im Moment haben wir minus 24 Grad, das kälteste in Lichterfelde. Und gut, wenn man endlich wieder im warmen Zuhause ist. Etwa 10.000 Menschen in Berlin haben genau das nicht, einen festen Wohnsitz. Einige U-Bahnhöfe bleiben für Obdachlose jetzt geöffnet, um unterzuschlüpfen, aber kaum einer nutzt sie, es ist einfach zu kalt. Schon Mitte November Temperaturen um den Gefrierpunkt, da sollten Obdachlose nicht mehr im Freien übernachten müssen. Deshalb gibt es in der Hauptstadt einen sogenannten Kältebus. Er fährt von November bis März und bringt Obdachlose in Unterkünfte. Die Helfer wollen Obdachlose suchen und in die Notunterkunft bringen. Was geht Ihnen vor, wenn Sie jetzt hier sitzen und so mitfahren? Das würde ich mir wünschen, dass wir heute Abend keinen finden, den es friert. Hallo, wir kennen uns doch. Nach drei Stunden treffen sie am Bahnhof Zoo auf einen Obdachlosen. Soni, ich bin Soni. In der Liebe und dem Krieg ist alles erlaubt. Holzsoi und Soni. Das Tagebuch von kleinen Soni. Komm, wir gehen mal los. Mehr Mut, mehr Bereitschaft zum Handeln und Helfen im Land. Das wünscht sich der neue Bundespräsident. Und ein positives Beispiel hatte er gleich in seiner ersten Rede auch parat. Das Zentrum der Stadtmission der Evangelischen Kirche in Moabit. Ideen wie die zum Beispiel der Berliner Stadtmission. Diese hat vor fünf Jahren gemeinsam mit privaten Spendern und Firmen das Zentrum Leerter Straße gegründet. Auch das sind Ideen made in Germany. Auch das lässt mich hoffen und macht mich zuversichtlich. Dort hat er zwar noch nicht persönlich vorbeigeschaut, aber sich kundig gemacht bei seinem Amtsvorgänger Johannes Rau. Ich vergesse nicht, als ich mal mit meiner Frau bei der Stadtmission war, um Werbung zu machen für ein Winterquartier für Obdachlose. Dass einer dieser Obdachlosen reinkam, die Kamera sah, sagte, ist hier Kino? Und er wirkte etwas zornig. Dann sah er mich, steigte mir die Hand entgegen und sagte, Mensch Weizsäcker, dass wir uns mal treffen. Das hat mich natürlich sehr berührt und angerührt. Das war so typisch für die Direktheit der Berliner. Oliver Jarasch stellt die Heimat der Barmherzigkeit und des großen Engagements vor. Alles unter einem Dach. Ein Jugendwohnheim am einen Ende, die Obdachlosenunterkunft am anderen. Das ist das Zentrum Leerter Straße. Wir liegen hier zwischen Knast und Kanzleramt und das ist auch unsere inhaltliche Ausrichtung. Wir wollen für die Menschen da sein, die am Rande der Gesellschaft stehen. Wir sind aber genauso auch ansprechbar und wollen die Leute mit einbeziehen, die mitten im Leben stehen. Mein Name ist Dieter Bürger. Ich bin jetzt bei der Startmission für die Notunterkunft. Ich sitze leider im Rollstuhl, habe Multiple Skurose, fortgeschritten und eine kaputte Wirbelsäule. Ich wünsche mir, dass ich wieder eine Wohnung habe, dass ich wieder, so wie früher auch, auf meine Beine stehen könnte. Zwar, ich weiß, dass ich nie wieder aus dem Rollstuhl raufstehe, aber ich werde weiter kämpfen, dass ich es schaffe. Ich gehe da nicht richtig durch, was da so auf dieser Welt abläuft. Weil das irgendwie was schief gelaufen ist, was uns nicht mehr so in unserem Kopf abläuft. Das ist einfach falsch gelaufen. Also die Geschichte handelt sich über einen kleinen Junge und Seesterne. Also der kleine Junge spaziert am Strand, wo von dem Flut sind sehr viele Seesterne ausgespielt auf dem Ufer, auf dem Strand. Und dann der Junge sammelt die Sterne und schmeißt wieder in das Meer rein. Dann entgegenkommt so ein richtig reicher Geschäftsmann, ein bisschen älterer. Und dann fragt den Junge, was machst du da? Er sagte, naja, die Sterne hier werden sterben auf dem Strand, wenn die liegen, dann schmeiße ich die wieder zurück in das Meer. Er sagte, das hat doch keinen Sinn. Du schmeißt die rein, guck mal, hier sind von Tausenden auf dem Strand liegen. Du kannst nicht allem helfen, das lohnt sich gar nicht. Er sagte, doch, für diese Sterne, die schmeißt ich jetzt ins Wasser rein, das lohnt sich. Der Vielen Dank.